Musik Entschuldigen Sie, aber Ihre Zähne sind in meinem Hals. Das, verehrte Zuschauer, war einmal der Untertitel eines inzwischen berühmten, fantastischen Films. Das, Tanz der Vampire von Roman Polanski aus dem Jahre 1966. Eine wahre Rarität unter den vielen internationalen Grusel- und Horrorfilmen. Eine turbulente Vampirkomödie mit einem Schuss hintergründiger Ironie, die Sie nun zum ersten Mal auf dem Bildschirm in der vom ZDF restaurierten Farbe und in der rekonstruierten Urfassung im Breitbildformat erleben können. Begleiten Sie also jetzt Roman Polanski, Sharon Tate und Ferdimain zum farbenfreudigen Tanz der Vampire. Und nehmen Sie es nicht allzu ernst, wenn Graf Krolok gleich zum fröhlichen Beißen auffordert. Musik 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 Musik